Okay, also was haben wir wieder hergestellt? Wir haben einen komischen Typen gefunden. Dann würde ich mal sagen... Da vorne geht's zum GEV-Transmitter? Ja. Komische Geräusche. Wie fies. Gleich zwei Scharfschützen auf erhöhter Position, die den Eingang absichern. Und eine Angriffsdrohne, die viel aushält. Und Organe. Eine Menge Organer. Ach shit. Oh, Tali hat's erwischt. Organer sind echt hartnäckig. Oh, ich kann gar nicht... Ich wollte gerade hier meine Fähigkeit auf 8 benutzen. Einigkeit, oder wie es hieß. Durfte ich nicht. Hm. Was mache ich mit dir? Ja, natürlich. Gewalt ist immer die Lösung. Zack. Die Kolonisten können nicht viel haben, aber das ist ihre Haus. Sie werden gegen die Todes kämpfen, um ihn zu schützen. Das war's. Okay, das war's dann mit dem Transmitter. Komischerweise hatten wir wieder Grogana hier. Die scheinen wirklich für jeden zu kämpfen, solange der Preis stimmt. Wundert mich, dass die Geff den, äh, den Held, äh, oder die mit akzeptieren, sag ich mal. Varen Vauzis. Alpha Varen. Der Varen fällt von Projektilen durchsiebt zu Boden und ist tot. Dies muss das Alphatier sein, der Anführer des Raubtierrudels. Okay. Das war recht einfach. Allerdings ist das für drei militärisch ausgerüstete Leute wahrscheinlich auch einfacher als für, ich sag mal, den einfachen Jäger. Schlammkanister. Und Kraftstofftank. Energiezelle. Dieses alte ausgemusterte Fahrzeug hat seine immer noch funktionsfähige Energiezelle erstaunlich bereitwillig hergegeben. Dann müssten wir jetzt auch alles für die Nebenquests haben und müssen nur noch zurück. Mein Gott, hier ist aber auch viel kaputt. Gut. Gut. Um, war's das? Um, war's das? Na, dann wollen wir mal die ganzen Nebenquests abgeben und dann machen wir uns auf zum Skyway. Skyway Highway. So, weiter an. Ach ja, selbstsames Verhalten, ne? Aber wir sagen ja erstmal, die Gefahren war aufgehalten. Es gibt so viele gute Nachrichten für alle Probleme. Wir sprechen über Zeus' Hoffnung und Pharoos in general. Natürlich, Commander. Äh, man in den Tunnel? Ja. Es gibt einen Mann, der in den Tunnel leben. Ist er einer von dir? Das wäre Ian. Er ist sehr krank. Er scheint mehr als krank zu sein. Er ist nicht das gleiche, seit dem Krieg. Wir haben versucht, ihn zu helfen, aber er würde uns nicht hören. Ich kann nicht meine Menschen helfen, wenn sie nicht hören, Commander. Hast du keine Medikamente? Was, um ihm zu helfen? Ich wünsche, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann, den ich mit uns hätte. Bitte, Commander. Ich würde lieber nicht mehr darüber sprechen. Ja, natürlich. Warum sollte man auch darüber sprechen, wie man ihnen helfen könnte? Einige der Kolonisten kreieren strange. Wir sind ein nahes Grupp, Commander. Die meisten von uns haben Lieblings, Freunde verloren. Diese sind nicht trainierte Soldaten. Niemand hat uns gelernt, wie wir mit den Schmerzen der Krieg haben. Das ist unser Haus. Wir haben die Geths gegenseitig verletzt, alles, was für uns wichtig ist. Nicht uns zu schmerzen. Ich spreche mit dir, wenn ich mehr lerne. Gut, Commander. Ich würde jetzt mal ganz erlaubt sagen, wenn man nicht unbedingt schon Psychopath oder so ist, dann ist niemand wirklich vorbereitet auf, ja, Krieg. Würde ich jetzt einfach mal so von ausgehen. Hallo wieder, Commander. Ich habe den großen Veran. Der Rest sind Jahre. Excellent. Ich werde eine Hunde organisieren, wenn die immidierte Gefahr der Geth ist weg. Zahlen? Ne, brauchen wir nicht. Ich muss gehen. Hier. Für deine Probleme. Es ist nicht viel, was ich weiß, aber es ist alles, was wir können. Ich nehme die XP tatsächlich lieber als das Geld. Und natürlich auch die Vorbildpunkte, obwohl wir jetzt, glaube ich, alle Vorbildpunkte haben, die wir brauchen. Schön. Schön. Schließen Sie den Großteil des Spiels ab. An was ist das bitte schön festgemacht? Was der Großteil des Spiels ist. Irgendwie 75% aller Quests, die man machen kann, oder... Ein Up... Äh... Hier... Level Up haben wir ja nicht bekommen. Da vorne ist immer noch... Ne, wir müssen zum Exogeny-Hauptquartier. trotzdem ist da vorne noch das Ausrufezeichen. Sehr eigenartig. Und jetzt ist es weg. Hm. Na, was soll's. Ab zum Skyway. Ich denke mal, das heißt dann wieder Marco fahren. Hm. Die sind auch nur mit einfachen Pistolen ausgestattet. Ist jetzt auch nicht wirklich... Ne? Nicht wirklich das Wahre. Okay. And now to the Geth base. Something an intelligent mind expects to say. Hallo Schiffchen. Natürlich. The last match went south. What are they looking for us? I'm picking up a comp signal. It's too late to get a point. There is definitely someone out. Äh... Jetzt sind wir verkehrt rum. Ich wollte nur in der Ansicht versuchen auszuweichen und schon haben wir uns einmal komplett um die eigene Achse gedreht. So, auf diese Aussparungen achten. In einen Park kann man rein. Ich wollte mir gerade mal so die Gegend angucken. Also wirklich schöner Planet kann das nicht sein. Da da oben ja Wolken sind, würde ich sagen, das sind keine Wolken, sondern das sind hier Staubstürme, Sandstürme, die über den Boden fegen. Das heißt, da unten wäre der Grund etwas weiter drunter. Würde ich zumindest so sagen. Ich glaube, die Luft wäre auch recht dünn, wenn wir so weit über der Wolkenschicht sind. Und so hoch die Türme bauen. Ne, also dass da unten, dass das der Grund ist und so hoch die Türme bauen, wirkt bei weitem plausibler, würde ich mal sagen. Das kam von links. Ich habe es zumindest auf dem linken Kopfhörer gehört. Oh, gerade so. Wo ist denn da noch jemand? Ah, siehste, Aussparung. Oh, da war auch noch jemand. Ich glaube, ein Gäste, wird das nicht so viel ausmachen, wenn die erste Kugel, die er abbekommt, in den Arsch geht. Ich glaube, das ist dem ziemlich egal. Aber trotzdem witzig war es. Er hat da so schön hinter der Kiste gewartet und wir hauen ihn einfach von da weg. We've got movement, some kind of vehicle, not one of the guests. They must be close enough to see us. Hallöchen, wie geht's denn so, Überlebende? Ja. Sie sind überleben, aber die Geth haben wirklich hart gebetet. Wir wissen, was das ist. Die verdammte Synthetik sind schade. Ich mache was, was ich kann, um sie weg von dir zu halten. Aber ich brauche ein bisschen Informationen. Welche Art von Informationen? Ignore ihn. Die Geth sind in den Exogeni-Headquarters. Ein bisschen weiter über den Skyway. Die Headquarters sind private, Soldat. Gebe den Geth und nichts anderes. Wird von Gaffer angegriffen. Von einer Spezies, die höchstwahrscheinlich keine Gefangenen macht. Und das Einzige, was er jetzt noch im Kopf hat, ist Firmengeheimnisse. Ich verstehe es nicht. Da müsste doch das Überleben noch an erster Stelle stehen, anstatt Firmengeheimnisse zu schützen. Ich bin nicht interessiert in deinen Firmengeheimnissen. Kommander, bevor du gehst... Meine Frau, Lisbeth... Sie ist weg. Sie sollten nicht zuerst Zeit spüren. Wir können eine richtige Behandlung von unseren Kaffee nach dem Geth sind. Das ist meine Frau, Sie sprechen. Sie ist noch nicht alive. Ich weiß es. Wo ist deine Frau, Juliana? Sie war in der Exogeni-Heading-Heading-Heading-Heading-Heading-Heading. Oh, ja, da waren viele wo sie konnte, sie schützen. Für ein kures Zeit. Wenn sie da drin ist, werde ich sie rauskrei. Danke, Commander. Danke. Du kennst das die Gethler nach? Ich habe kein Wissen. Wir haben sicher nicht gefunden. Wir haben nichts von wegen. Wir müssen unsere Exogeni zurückzesteinsen. Wir müssen uns die jungen. Das ist kein persönliche Werte. Nur für die Kolonien. Wir haben uns dort einnommen. Wir haben uns hier vier Jahre erinnert. Die Veränderung war ständig, bis die Anfragen. Unsere größte Herausforderung war die Lacken von Ressourcen. Es gibt nur so wenig hier von Wert. Aber wir haben es gemacht. Es hat sogar angefangen zu fühlen. Was hat dich hier gebracht? Ich glaube, ich dachte, das wäre das Start einer neuen Leben. Ich wollte zu gehen, wo ich mich fühle, als ob ich eine Unterschiede fühle. Insofern, alles, was wir gebaut haben, ist zerstört. Es ist sehr schwer, nicht zu verlieren Hoffnung. Zeus-Hope. Hahaha. Nee, sorry. Wo ist deine Tochter, Juliana? Ich bin irgendwo in der Exogenie, ich hoffe. Wie wurde dich aus der Zeus-Hope-Kolonie geschlossen? Die meisten von uns lebten näher an der Exogenie. Zeus-Hope war meistens als ein Port. Als die Geth kam, wurden wir geschlossert. Bis du uns über die anderen sagst, wir haben uns gedacht, dass sie in der ersten Waffe getötet wurden. Wenn wir wussten, dass sie noch leben, wir haben versucht, sie zu erinnern. Sie sind ziemlich sicher, jetzt. Vielleicht sollte man das tun. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir haben keine Fahrzeuge, und die SkyWay gibt wenig Schutz. Wie das Gebäude wir in, jetzt? Wir sehen, unser bestes Ziel ist, ist es zu sitzen und warten und warten für Kompany Reinforcements. Wir kommen irgendwann. Was das Gebäude benutzt für? Oh, ja. Wir repurposen die Strukturen zu servieren als Headquarters für Exogenie. Das ist meistens offices mit ein paar Light-Duty R&D Labs. Exogenie ist ein Master an repurposing anything and everything. The company has to make a profit somehow, Juliana. Feros is a long way from self-sufficient. Stay bunkered down until I find out what the Geth are after. Of course. And please remember, if you see my daughter. Please keep your fire to a minimum when you go to the Exogenie building. We want to minimize damage. Oh, and I must inform you that the company will not be responsible for any injuries you sustain while in our facility. Dass der immer noch so an diesen Firmenpolitiken festhinkt. You're not much of a people person, are you? I like people. I just like them more when they're helping Exogenie profit. Someone needs to worry about the bottom line. I'm the only one left. They will not be able to do it. 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 Tell me about Exogenie. Please. Exogenie Corp is the premier engine of colonization in the new multisystem economy. And in conjunction with our core interests, Exploration provides a broad investment base for shareholders. Er steht einfach viel zu sehr hinter der Firma. What are the company's core interests? Exogenie has a number of subsidiary companies in many different fields. The most profitable adapt-alien technologies. There are many other industrial branches, but they aren't really relevant to Pharos. Tell me about yourself, John. Me? Yeah, I was sent here to do some routine estimations of the potential return on investment. The attack was certainly a surprise to me. I've been trapped here ever since. Can't wait for the home office to get me off this rock. Do you have any idea where the Geth attacked you? None. We're scrambling to find anything of value. There's nothing here to warrant an invasion. There's barely enough here to warrant a colony. I'm going. Please be careful if you go to headquarters. We don't want any unnecessary damage to the facility. Natürlich, weil das auch das einzig Richtige ist. So, ich glaube von dem hier hatte niemand einen Namen oder konnten mit dem reden. Außer der eine hier vorne. Yeah, they could find it. No problem. I wonder if I should ask for their help. I was hoping you'd have a moment to speak with me. I've got a bit of a problem. What do you need? I need to retrieve some data. It's not a big job, but it pays well. Sounds easy, no? What's the catch? No catch, really. It's dangerous work, but not for someone like you. What is it about you that makes people assume we enjoy being in harm's way? It's not that bad, really. All you need to do is find my console at Exogeni headquarters and drop the data onto this OSD. It's that simple. I'll look around if I get the chance. I appreciate it. That data could be worth a lot of money. Of course, this all depends on getting out of here alive. Tell me about the data I'm getting for you. Plans for a few prototype mods. I'm a freelancer. Some of my mods are highly sought after. Why work in the middle of nowhere if your skills are so useful? Maybe I've got a bit of the frontier spirit in me. That and the alternative is a bit too secure for my liking. Freelancers don't have to worry about security as much, so long as we keep a low profile. Time to get moving. Just keep in mind what I said. Nun gut. Also nach ihrer Tochter Ausschau halten und Daten finden. Ich sehe rot. Was ist das? You owe us for this. The Skyway is crawling with Geth. Package is secured. We're leaving now. Loot nehme ich mit. Wie immer. The Geth have brought ruin to this world. As they do to every world. Wait. Shut down the calm. We've got incoming Geth. Damn it. Shut down the calm. Oh. Oh. Du sollst... Tsk. Diese Steuerung. Ich nehme mal an. Er hat dann hier... Er war für die Übertragung zuständig oder verantwortlich. die wir gehört haben. I've got the package. Was für ein Paket. Dass das immer so aufleuchtet. So grell, wenn man schießt und zielt. Und da ist noch jemand. Ein paar Waffen-Mods. Beziehungsweise Waffen. Hat sich nicht gelohnt, würde ich sagen. Pass auf, ich heile die mal. Wir haben genug Medigil. Die haben ja leider keine Gesundheitsregeneration. Was ich etwas doof finde. Äh, ach da. Gareth wartet wie immer schön geduldig hier neben. Anstatt mitzuhelfen. Und wir werden wieder beschossen. Da kommen eine Menge Raketen auf uns zu. War's that? Locked force. Locked force. Oh. Da hängt ein Schiff dran. Das Ameisenschiff. Ey, durch da. Nicht an der Wand hochfahren. Hör doch auf, rumzuspringen. Such dir eine Position aus und da bleibst du dann, ja? Einfach mal so eine Rakete direkt ins Gesicht bekommen. Das ist ja auch nicht so doll. Das ist ja auch nicht so doll. Scheint auch. Scheint auch. Türsteuerung. Einfache Dechiffrierung. Was haben wir hier? Ein bisschen Loot. Okay, es war nicht kaputt. Gareth, kannst du dich jetzt mal hierhin porten? Ist etwas doof, dass du da hinten jetzt noch stehst. Er kommt aber auch nicht vorwärts. Naja. Abwurf, da können wir nicht lang. Ja, er will nicht. Mal hoffen, er portet sich dann jetzt gleich zu uns. Na dann. Dammit! Ich bin so sorry. Ich dachte, du war Geth. Oder einer dieser Varen. Du bist sicher. Aber warum warst du hier in der ersten Stelle? Das ist mein eigenes Problem. Jeder war auf dem Weg, und ich durfte, um die Daten zu retten. Nachdem ich wusste, die Geth-Ship lacht auf und die Kraft war. Ich war trabiert. Ich versuchte, aber der Weg war blockiert. Wir werden dich raus, als wir wissen, was die Geth sind. Das ist nicht die Geth, das ist die Energie-Sprache, die sie aufbauen. Sie wollen niemanden, dass jemanden zu bekommen, um die... Ich bin für die Geth. Es ist sehr wichtig, dass ich wissen, was sie sind. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass sie hier für die Thorien sind. Thorien? Was ist das genau? Es ist eine Indigenöse-Viratung. Exogeni war es studiert. Was kannst du mir sagen? Du kennst, wo ich den Thorien findest? Ich könnte, aber nicht mit den Geths, die überall aufhörten. Wir müssen hier raus, über die Feld. Du kennst, wie wir ihn verletzen können? Nein, nicht genau. Aber ich glaube, dass die Geths-Ship die erzeugt. Ich habe gesehen, dass die Geths alle kableren. Du kannst diese Kableren folgen, aber es gibt Geths überall auf dem Ort. Sag mir über dich selbst. Ich bin nur eine Forschung für Exogeni-Sprache. Ich kam hier mit meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob sie es auswählen hat. Sie ist mit ein paar anderen aus der Kolonie. Sie ist sicher, für jetzt. Sie ist es auswählen? Oh, danke Gott. Ich dachte, ich war die einzige, die ich in der Lage bin. Bitte, Commander. Juste, ich kann das Feld wiedersehen, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Sag mir, was du wissen, was du über den Thorien? Ich wirklich nicht so viel über ihn. Ich glaube, es ist ein Kind von plant. Ich weiß, es ist sehr alt. Machen von Jahren, sogar. Warum denkst du, dass die Geths interessiert in den Thorien? Es ist nur eine plant. Ich weiß nicht, warum die Geths interessiert. Exogeni-Sprache es studiert, aber... Ich glaube nicht, dass sie etwas spezielles gefunden haben. Du bleibst auf. Ich gehe ein paar Türen öffnen. Oh, hier. Geh meine ID. Das sollte dich über die Türen verhören. Gut Glück mit diesem Feld. Und natürlich direkt einen Varan-Angriff. Area secured. Okay. Dann... Ab zur Hauptebene. Hauptebene. Ares kommt schon wieder nicht mit. Was soll denn das? Beweg dich. Ach komm. Müssen wir das Ganze jetzt wirklich nur noch mit einem... Ich glaube, wir müssen das Ganze jetzt mit einem durchspielen, oder? Schaden können wir nicht an ihn machen. An ihm. An ihm. Das macht er noch. Aber mehr macht er nicht. Doof. Aber was soll ich machen? Er bleibt jetzt halt gerne da einfach stehen. Das Problem hatte ich beim letzten Mal nicht. Ich glaube, wir haben einen ganzen Tag wird. Vielen Dank.